Warte mal, du sitzt ja da eh grad, wa? Ja. Ich sitze hier und halte Ausschau, dass mir kein Security jetzt sagt, ich sag, wir können Bier trinken. Ja, ne, hier steht was für mich an. Hahaha. Sag mal, hast du irgendwelchen Muskelschwund oder hast du irgendwelche Würmer in dir? Du bist ja schon mal ein halber Körper. Ihr müsst bedenken, ich steh hinter euch. Ich seh nicht alles, was ihr seht, ey. Ihr Kacken, Alter. Hahaha. Perfekt. Mann, mach die Blasen kaputt, Alter. Die greifen euch an da. Mach die weg da. Schnell. Zack, zack. Hahaha. Nein, nicht drücken. Nein, nein, nicht drücken. Hahaha. Ich verstehe. Entschuldigung. Oh, das sehe, ich denke. Bei Wartow. Ah, das ist falsch. Ich Private. Ich möchte today, auf Letere. Untertitelung. BR 2018